hallo und herzlich willkommen zurück zu red gamble ich bin auf die jagd nach den tickets heute sind wieder das spiel the last nights in dem weg und ich habe mal nachgeschaut das andere spiel was ich meinte hieß wie ist es weiter auch entschieden das spiel ist genauso ja statt oder spiel lassen den doch mal lang laufen also die spiel ist genauso wie das obje jeans doch komme ich jetzt rein Peter ja das ist er ich heiße Peter oh nice nice hmm hmm Vielen Dank. Welches Level bin ich denn schon? 139. Also ich habe nicht weitergespielt. Das Spiel hat alleine weitergespielt, sage ich jetzt mal. Ich muss jetzt nur noch schnell alle Sachen einmal benutzen. Das Maut. Und dann habe ich noch hier etwas. Ach schon witzig, dass zwei Spiele hundertprozentig gleich sind. Na ja, hundertprozentig weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall die zwei Spiele sind schon sehr, sehr identisch. Okay. 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 Ich glaube, bei den Riders Origin hatte ich immer Probleme gehabt, meinen gleichen Charakter wieder zu finden. Ich glaube, der war dann jedes Mal weg gewesen. Also da ist das bei denen hier schon mal besser. Und der hat alles gefunden und sogar noch weitergespielt. Und meine Flügel. Okay. 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 So. So, da ist das. So, da ist das. So, da ist das. So, da denken wir mal, der eine rote Punkt ist weg und dann kommt aus der andere. Hier ist noch ein roter Punkt. Auf Back und jetzt den roten Punkt. Okay, jetzt da. Und hier. Und diesen. Jetzt ist das Mode wieder. Doppel D, das war auch vorhin schon mal drin. Boss. Da warten wir erst mal. Da haben wir noch erst die anderen Punkte. Ah, da ist noch ein. Also, welches Spiel war er da? War das Origin oder The Last Knight? Knide. Jetzt haben wir da noch den roten Punkt. Oh, ein paar mehr. Oh. 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 Okay. Hmm. da war jetzt die punkte abgearbeitet dann geht es jetzt rüber nach dailies ich bin schon wieder fertig schon fertig nach zehn minuten wo ich noch nicht mal alle punkte abgearbeitet habe das ist ja nice so 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 kommt jetzt schon so einmal kurz hier ein boss an den 90 ist auch genau wie beiden anderen schon ein bisschen witzig manche kQuiz merken aber wie finde ich noch irgendwo eine zeite da ich dir mal heute das letzte mal von das spiel wieder weil meistens ist immer ein spiel zwei tage hintereinander und ja dann kommt es nicht mehr wieder jetzt läuft hier die zeit wenn er wieder kommt in zehn minuten so das war jetzt einmal der kleine weltboss und der andere kleine boss der weltboss den wir einen haben wir gehabt und hier den kleinen boss 40 war das müsste ich nur auch die hier machen wie schnell ist er kaputt die sachen könnte ich auch gar nicht gebrauchen habe jetzt die flüge kriegte ich schon habe ok nochmal post da drauf das nehmen und weiter geht es die 70 und dann auch schon ein bisschen länger den haben wir auch schon und dann gehen wir nochmal aufboss holen jetzt den hier das schritt haben wir ja auch schon die kleinen boss sind weg jetzt sind noch die weltbosse da dann muss man schnell in der dungeon geportet schnell noch mal alles aufleveln hier da ist der zweite weltboss unser maut nochmal schnell befördern oder unser geister obwohl vor allem war er ein geist jetzt ist er wieder normal keine ahnung warum ich denke mal gleich kommt noch der letzte boss der 140er das glaube ich jetzt da 130 ich glaube dann haben wir noch schnell den 140er das war es dann für heute wirklich bin schon länger hier drin wie ich eigentlich wollte aber ich finde das schon mal gut dass er hier weiter kämpft auch wenn ich nicht online bin beim anderen hat das ja nicht so richtig geklappt zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins ja es gibt schon probleme gut exit game so das war es für heute ich hoffe ihr hättet spaß und jetzt lockt er wieder von neu ein ich brauche nicht ich höre das ticket ab und ich wünsche noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal ach so warte ich wollte noch mal gucken habe ich denn jetzt eigentlich letzte woche was gewonnen ich glaube zwar nicht aber man kann ja mal gucken vorherigen gewinnen leider nicht gewonnen ich spüre es jetzt schon die fünfte woche hintereinander und ich habe immer noch nichts gewonnen ist das nicht ärgerlich gut das war alles also dann bis zum nächsten mal